Ja hallo, hier ist nochmal Thomas Blech und heute soll es nochmal um eine weitere Theorie der Pädagogik, auch der Psychologie gehen. Es ist die Bindungstheorie, die auch in der gymnasialen Oberstufe im Fach Erziehungswissenschaft behandelt wird. Noch etwas Wichtiges vorweg, diese kurzen Videos zu bestimmten Theorien der Pädagogik sind erstmal nichts anderes als kurze Einführungen und sollen erstmal nur neugierig machen und ersetzen nicht die eigene Lektüre oder auch den Fachunterricht des Kollegen oder der Kollegin. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich schaffe es auch nicht, da nochmal eine kritische Stellungnahme zu ihrer Theorie zu leisten. Das wäre auch ein eigenes Video wert. Es soll vor allem einen ersten Überblick geben, einige Linien aufzeigen und neugierig machen. Ja, die Bindungstheorie. Also erstmal ganz grundsätzlich wird Bindung, wir reden jetzt hier auch wirklich von der frühkindlichen Bindung, wird Bindung verstanden als eine anhaltende, gefühlsmäßige, emotionale Beziehung zu einer Bezugsperson, bei der das Kind vor allen Dingen Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, Körperkontakt und natürlich auch Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse sucht. Die Bedeutung ist tatsächlich gar nicht zu unterschätzen und hat sich dann eben auch im Laufe der Entwicklung der Bindungstheorie immer mehr herausgestellt. Denn die Bindungen, die ich dann eben auch in der frühen Kindheit eingegangen bin und die eine gewisse Qualität haben, tragen mich dann eben auch durch die weitere Entwicklung. Auch selbst als Erwachsener habe ich die Spuren der frühkindlichen Bindungserfahrungen in mir und es wirkt sich dann eben auch noch auf die Beziehungen zu anderen Menschen aus. Ja, in der Psychologie spricht man im Zusammenhang eben von der Bindungstheorie. Und diese wurde begründet von John Bowlby, das ist ein britischer Psychiater, der aus der Psychoanalyse kommt, gelebt von 1907 bis 1990 und auch die kanadische Psychologin Mary Ainsworth, 1913 bis 1999. Und beide gehen auch davon aus, dass das Bindungsbedürfnis bei Menschen biologisch tief verankert ist, also angeboren. Und die ersten sozialen Erfahrungen macht der kleine Mensch, wenn er auf die Welt kommt, ja auch in der Regel mit seinen Eltern. Die wichtigste Bezugsperson für das Kind ist dann auch wirklich erstmal die Person, welche die meiste Zeit mit ihm verbringt und auch mit der das Kind die häufigsten interaktiven Erfahrungen hat. Zu Bowlbys Zeiten in den 60er Jahren war das die Mutter, da kann das natürlich auch der Vater sein, oder auch andere Bezugspersonen, das hat man auch herausgefunden im Zuge der Entwicklung. Kann das, naja gut, vielleicht nicht jede, aber die meisten Personen können das eben auch sein, wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllen, wie eben auch Anwesenheit, Vereinfühligkeit und so weiter, da kommen wir gleich zu. Das Kind, das kleine Kind zeigt ja bestimmte Bindungsverhaltensweisen, wie weinen, festklammern, protestieren, nachverfolgen, wenn es irgendwann laufen kann und versucht so eben auf die eigenen Bedürfnisse, entweder nach Zuwendung, nach Schutz oder auch nach Nahrung, aufmerksam zu machen. Und hier gibt es dann eben auch bestimmte Verhaltensweisen der Eltern, die Mary Ainsworth untersucht hat und die sie dann eben auch als mütterliche Feinfühligkeit bezeichnet. Und zwar war Mary Ainsworth lange in Uganda und hat dort Mütter beobachtet und Familien beobachtet und über 80 Stunden Materialdaten zusammengefasst, die dann eben als Grundlage dafür dienten, wieder in Amerika zurück, dies eben systematisch auszuarbeiten zu einer Theorie der mütterlichen Feinfühligkeit oder auch Konzept, könnte man das auch nennen. Und sie hat dann bestimmte Skalen aufgestellt. Es gibt einmal eine Skale, die heißt Feinfühligkeit gegenüber den Signalen des Babys. Es gibt dann Kooperation gegen Beeinträchtigung und auch nochmal Annahme gegen Zurückweisung. Das führt sie dann weiter aus. Und was jetzt wichtig ist, sind diese vier Merkmale, die sie dann eben resultierend aus dieser Fülle von Materialien zusammengefasst hat. Und das ist tatsächlich wichtig, das sollte man sich dann auch merken. Das ist dann erstmal die Wahrnehmung des Befindens des Säuglings. Das heißt, die Bezugsperson hat das Kind aufmerksam, in Anführungsstrichen, im Blick. Warum in Anführungsstrichen? Nun, man muss nicht die ganze Zeit vor dem Kind sitzen und es anstarren und auf jede einzelne Reaktion sofort reagieren. Im Blick heißt hier, ich habe keine zu hohe Wahrnehmungsschwelle. Ich bin zwar in der Küche und koche gerade was, aber meine Sinne sind geöffnet für das Kind, was ich jetzt nun mal habe. Ich kann nicht so weiterleben wie vorher und mich ausschließlich auf eine Sache fokussieren. Ich habe gewissermaßen so eine schöne schwebende Aufmerksamkeit, nennt man das auch, die Erzieherinnen im Kindergarten auch haben, die ihre Ohren überall haben. Und dann auch relativ schnell identifizieren können, ist das wichtig oder kann ich noch ein bisschen warten. Das heißt, ich muss wirklich geistig und sinnesmäßig präsent und geöffnet sein für das Kind. Das ist erstmal die absolute erste Voraussetzung. Zweitens, sagt Mary Ainsworth, wäre das dann die richtige Interpretation der Äußerungen des Säuglings aus seiner Sicht und gemäß seinem Befinden und nicht gefärbt durch meine eigenen Bedürfnisse. Das heißt, ich muss jetzt mich in den Säugling hineinversetzen und gucken, ach ja, der hat ja jetzt vielleicht tatsächlich Hunger. Und zwar der Säugling hat auch wirklich Hunger und nicht ich. Das heißt nicht, dass ich mit der Flasche hinrenne und das direkt versuche zu stillen oder ich habe Durst oder ich habe gerade Bedürfnis, das Kind zu drücken und projiziere das aufs Kind und renne mit dem Kind schreiend durch die Gegend und befriedige mein Bedürfnis. Also richtige Interpretation heißt, ich muss mich wirklich in den Säugling hineinversetzen. Dann folgt danach auch ziemlich schnell die sogenannte prompte Reaktion. Schnell, sofort. Warum prompt? Damit der Säugling auch den Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der mütterlichen oder väterlichen Handlung sehen kann, bilden, eine Verbindung bilden kann. Nur dann vermittelt es ihm ein Gefühl auch von Wirksamkeit seines Verhaltens und auch seiner Signale. Ich muss als Säugling dann wirklich auch wissen, dieses Verhalten hat gerade auch eine sehr schnelle Reaktion. Wenn ich schreie und die Mutter kommt eine Stunde später, weiß ich überhaupt gar nicht mehr, wieso die überhaupt plötzlich da ist. Ich habe keinen Zusammenhang. Ich werde dann letztendlich auch überwältigt von der Mutter, die kommt und mir die Flasche in den Mund steckt. Dann gibt es viertens die Angemessenheit der Reaktion, die dem Säugling auch das gibt, was er braucht. Die Angemessenheit der mütterlichen Reaktion, sagt Ainsworth, verändert sich natürlich mit der Entwicklung des Kindes. Es gibt natürlich auch eine Bindungsentwicklung. Also diese vier Merkmale sind letztendlich das Resultat der ganzen empirischen Beobachtung, auch in Uganda und dann auch weiterführen in Amerika und in Kanada und hat dann eben diese vier Merkmale zusammengestellt. Ja, Bindungsentwicklung bedeutet dann natürlich, dass das Kind von 0 bis 3 Jahren andere Bedürfnisse hat, als dann eben mit vier Monaten oder mit sieben bis neun Monaten. Da bildet sich dann auch irgendwann die Objektpermanenz heraus. Das kann man in dem Video von Piaget nochmal nachhören. Und dann geht es natürlich weiter mit zehn bis zwölf Monaten. Das Kind kann vermutlich jetzt auch schon mal langsam laufen. Es kann die Gegend erkunden. Ich muss jetzt mehr das Kind auch loslassen. Das Kind versteht auch mehr. Ich kann jetzt natürlich eben auch sprachlich ganz anders auf das Kind einwirken. Die Verzögerung zwischen Bindungsbedürfnisverhalten, also Schreien und so weiter, kann ich jetzt natürlich auch sprachlich etwas hinaus verzögern und sagen, ja, ich komme, wenn ich hiermit fertig bin. Oder ich bin ja da und ich rede mit dem Kind und das Kind hört mich und weiß, dass ich gleich komme. Mit 13 bis 18 Monaten gibt es halt andere Themen für das Kind. Nähe, Distanz, Abhängigkeit, Selbstständigkeit. Ich will jetzt auch wirklich alles alleine machen wollen. Das kennt man auch. Das heißt, hier muss ich dann eben gucken, dass hier die Autonomieentwicklung stärker unterstützt wird und ich weniger auf alles eingehe und überall helfe. Und dann ab drei Jahren fängt das Kind dann auch wirklich an, das Verhalten an den Peers auszurichten, an den Gleichaltrigen auch ein bisschen auszurichten und sich noch mehr von der Mutter zu lösen. Natürlich gibt es auch das intuitive Verhalten. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Denn nicht jedes Elternteil hat die mütterliche Feinfühligkeit gelesen und Ainsworth studiert. Es ist eben auch so, dass Papusek und Papusek, das ist auch ein Ehepaar, genauso wie die Grossmanns, das ist auch ein Ehepaar, was sich hier in Deutschland mit der Bindungstheorie beschäftigt hat, dass es auch intuitive Verhaltensweisen gibt, die auch angeboren sind. Es gibt neben den Signalen des Kindes auch angeborene Verhaltensbereitschaften bei Erwachsenen, die auf die Äußerungen des Kindes reagieren. Schreiende Neugeborene gehören dazu. Die großen Kulleraugen, das sind alles Signale, die ich dann intuitiv reagiere. Und das kann man auch sehr schön beobachten, wenn man im Kinderwagen durch die Gegend fährt, dass Erwachsene in ganz andere Verhaltensweisen verfallen. Sie reden einer höheren Stimmlage, sie ahmen die Mimik und die Laute des Kindes nach, sie reden natürlich auch anders, nicht in irgendeiner verschwurbelten Fremdsprache und Fremdwörter. Der Dialogabstand, also der Abstand zum Gesicht, wird intuitiv verringert. Das ist auch gut so, weil das Kind noch gar nicht so super scharf sehen kann. Wir berühren das Kind, es wird rhythmisch getragen, wir singen und so weiter. Das sind alles intuitive Verhaltensweisen von Erwachsenen, die dann auch in der Regel funktionieren. Und es gibt immer wieder problematische Konstellationen von Eltern, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen, wenn es nämlich um die vier Bindungstypen geht. Vier Bindungstypen, die gibt es. Und zwar gibt es A, B, C und D. Typ A ist unsicher vermeidend. Unsicher vermeidend ist ein Bindungstyp, der sehr schnell mit dem sicheren Bindungstyp verwechselt werden kann. Man hat die Kinder beobachtet und gesehen, das ist ja ein Kind, das trennt sich relativ leicht von den Eltern, spielt dann auch weiter. Aber wenn die Eltern kommen, freut sich eigentlich gar nicht so richtig, aber geht halt mit. Dachte man, alles klar, sicher gebunden. Da gab es andere Kinder, die haben ziemlich heftig protestiert, konnten sich aber anschließend beruhigen lassen von der Erzieher und haben dann weitergespielt. Die haben sich auch super gefreut, wenn die Eltern gekommen sind. Und dann hat man dann weiter beobachtet und gemerkt, diese unsicher vermeidenden Kinder spielen zwar weiter, aber irgendwie nicht so richtig mit einer tiefen Qualität. Das ist so ein bisschen oberflächlich, nicht sehr konzentriert. Die zeigen auch gar nicht so sehr ihre Freude und ihre Gefühle. Und bei der Rückkehr der Eltern ist das eher ein bisschen Abwendung als Zuwendung. Und eben auf diesen Skalen, die entwickelt wurden, hat man gesehen, dass eigentlich eine sichere Bindung bedeutet, ich suche tatsächlich die Nähe zu den Eltern, wenn die wiederkommen. Ich protestiere auch, wenn die Eltern weggehen, weil das Bindungsverhalten gewissermaßen angeworfen wird. Wenn das Bindungsverhalten angeworfen wird, dann kann ich auf der anderen Seite nicht explorieren. Explorieren heißt, ich erkunde eigenständig die Welt. Dieses Bindungsverhalten und das Erkunden der Welt ist gewissermaßen zusammengebunden, wie eine Waage oder eine Wippe. Wenn das eine hoch aktiviert ist, das Bindungsverhalten, ruht das Explorationsverhalten und auch umgekehrt. Das heißt, hier muss ich jetzt wirklich nochmal genauer hinschauen und das haben die Wissenschaftler gemacht und gemerkt, unsicher vermeidend ist ein Bindungstyp, der tatsächlich nicht sicher gebunden ist. Und dann haben sie versucht herauszufinden, was könnte denn das Kind gewissermaßen als Selbstgespräch führen, also das innere Arbeitsmodell des Kindes. Und das ist meiner Ansicht nach sehr aufschlussreich, wenn das Kind gewissermaßen, wenn es schon sprechen und reden könnte, sagen könnte, ja, ich muss mich halt schützen, ich muss meine Bedürfnisse eher verleugnen, dann werde ich auch nicht nochmal zurückgewiesen von meinen Eltern. Wenn ich das tue, was von mir erwartet wird, werde ich auch nicht zurückgewiesen. Andere Menschen sind oft abweisend und unerreichbar. Ich verhalte mich mal einfach unauffällig und mache mal weiter. Das sichere Kind würde eher sagen, in einem fingierten Selbstgespräch, meine Welt ist sicher, ich kann anderen vertrauen und auch mich auf sie verlassen. Ich bin liebenswert, wichtig und auch wertvoll. Ich habe eine sichere Basis. Und dieses sicher gebundene Kind, wie gerade gesagt, zeigt eben eine offene Kommunikation, zeigt auch seine Gefühle, zeigt Trennungsprotest, hat aber keinen physiologischen Stress, wenn die Eltern weg sind. Das hat man nämlich dann auch später bei dem unsicher vermeidenden Bindungstyp gemessen. Man hat gesehen, das Kind spielt halt irgendwie weiter, aber es war innerlich wirklich gestresst. Das konnte man messen. Das Stresshormon Cortisol war messbar auf der Haut und hat man gesehen, Mann, oh Mann, das ist aber innerlich echt stark gestresst, aber hält sich irgendwie noch wacker und spielt halt ein bisschen weiter. So, das wären Bindungstyp A und B. Also wie gesagt, A ist unsicher vermeidend, B ist sicher, C ist unsicher ambivalent. Hier ist das Kind echt schon mehr in Aktion. Es ist stark gestresst, es wirkt ärgerlich und angespannt, es klammert sehr stark bei den Eltern, lässt sich sehr schwer nach der Rückkehr beruhigen, zeigt immer so eine Mischung aus Nähe und Verärgerung und findet sehr schlecht ins Spiel zurück. Es dauert also alles sehr viel länger. Es wirkt ängstlich. Das innere Arbeitsmodell, also dieses innere Selbstgespräch, könnte lauten, ich weiß nicht genau, was ich zu erwarten habe. Ich bin ängstlich und auch ärgerlich. Ich kann die Welt nicht erkunden, weil ich immer nach Nähe suche und ich weiß, ob ich mich darauf verlassen kann. Ich könnte eben auch eine Gelegenheit der Zuneigung verpassen. Ich muss mein Bindungsverhalten immer aufrecht erhalten. Das wäre so eben das innere Selbstgespräch oder das innere Arbeitsmodell. Das ist der Fachbegriff, was das Kind tatsächlich dann eben aufbaut. Ja, was ist mit den Eltern? Das ist ein sicherer Arbeitsmodell. Da sind die Eltern, das Fürsorgeverhalten der Eltern, da sind sie feinfühlig, reagieren prompt, Stichwort Ainsworth, können auch richtig interpretieren. Sie sind auch emotional und die zeigen auch Freude in der Interaktion mit den Kindern. Bei den unsicher vermeidenden Kindern sind die Bezugspersonen nicht besonders ansprechbar, auch nicht responsiv. Das heißt, die Rückmeldungen sind nicht da oder ungenau. Die sind nicht feinfühlig und können eben auch zurückweisend sein. Und bei diesem unsicher Ambivalent ist es so, dass die Eltern oder eben die Bezugspersonen sehr inkonsistent sind. Das heißt, sie zeigt mal dieses Verhalten und mal jenes Verhalten auf das eventuell gleiche Bindungsverhalten. Das ist für das Kind fatal, weil es überhaupt nicht weiß, ich habe das doch gerade schon mal gezeigt und jetzt schimpft die mit mir und dann habe ich das gezeigt und jetzt ist sie total nett. Es kann auch mal sein, dass die elterlichen Bedürfnisse dominieren. Dass also wirklich, ja komm, dann mach mal, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust darauf, ich gucke jetzt lieber Fernsehen und seine Bedürfnisse interessieren mich nicht. Es kann auch zu Übergriffigkeiten kommen. Es kann auch zu Gewalt kommen, anschreien und so weiter. Das innere Arbeitsmodell haben wir ja gerade schon gesagt eben bei dem unsicher Ambivalenten Kind. Dann gibt es tatsächlich noch eine vierte Kategorie, das ist dann die Nummer D, desorganisiert. Das Kind zeigt hier ein Bindungsverhalten, was sehr widersprüchlich ist. Also es sind widersprüchliche Verhaltensweisen. Es sind immer die gleichen Bewegungsmuster, die ablaufen. Es sind Bewegungen, die oft einfrieren oder wie Unterwasserbewegungen, wird eben auch in Literatur gesagt. Es sind so Übersprungshandlungen, die gar keinen Sinn ergeben. Ja, das Kind dreht sich im Kreis, kratzt sich am Ohr. Es hat eigentlich gar keine Bedeutung. Also es hat keine Bedeutung. Es ist kein Bindungsverhalten in Richtung der Eltern oder irgendetwas anderes, als ob da wirklich was im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Ruder gelaufen ist. Also diese beiden Systeme, Bindungsverhalten und Explorationsverhalten, was ja verknotet sind, sind hier wirklich in einer Unordnung geraten, sodass das Kind auch keine Strategie mehr hat. Es hat keine Strategie mehr, wie es jetzt eben mit dieser Situation, mit dieser neuen Situation, die Eltern sind weg, umgehen kann. Das innere Arbeitsmodell oder auch das Selbstgespräch des Kindes wäre hier, meine Bezugsperson ist manchmal vielleicht auch überwältigt von mir. Sie kann mit mir auch nicht umgehen. Nein, dann ist sie wieder sehr ärgerlich. Andere Menschen sind auch sehr vernachlässigend oder misshandeln mich sogar oder haben mich sogar sexuell missbraucht. Ich bin nicht weiter fähig, meine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen und ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich mich schützen kann. Also das ist schon in Richtung einer Bindungsstörung. Hier muss man sicherlich auch sehr schnell handeln. Und die Eltern, das Fürsorgeverhalten der Eltern, kann man so charakterisieren, dass diese selbst entweder traumatisiert sind, es können auch Süchte im Hintergrund sein, die Eltern sind geängstigt beim Umgang mit dem Kind, sehr unsicher, sehr inkonsistent und es kann eben auch zu Missbrauch und Vernachlässigung kommen. Das wären so die vier Bindungstypen. Ja, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, weil A unsicher vermeidend ist, B ist die sichere Bindung, C ist unsicher ambivalent und D ist desorganisiert. Könnte man sagen, warum ist sichere Bindung nicht A? Das hat was damit zu tun, dass tatsächlich erstmal unsicher vermeidend und sicher nicht ganz klar auszudifferenzierend sind und man unsicher vermeidend als auch sichere Bindung angesehen hat. Also da gibt es in der Wissenschaft diese Reihenfolge und das kann man nochmal näher nachlesen. Aber das sind die vier Bindungstypen. Was man noch besprechen muss, ist dann eigentlich auch, wie gehe ich als Eltern, wie gehe ich als Erzieher, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, mit dieser Theorie um. Was mache ich jetzt damit? Wenn ich weiß, dass die frühkindliche Bindung ganz entscheidend für die Entwicklung des Kindes ist, dann muss ich eben auch dafür sorgen, dass es ein Eingewöhnungskonzept im Kindergarten gibt. Also wenn die Kinder dann mit einem Jahr oder mit acht Monaten oder anderthalb Jahren in den Kindergarten kommen, gibt es ein Eingewöhnungsmodell, das auch mittlerweile wissenschaftlich fundiert ist, zum Beispiel das Berliner Eingewöhnungsmodell. Das heißt, hier müssen die Eltern mitarbeiten und die Bindungsperson, nämlich eine Erzieherin, muss eben auch langsam eine Bindung aufbauen. Das funktioniert und nach einiger Zeit kann dann die Mutter, der Vater oder auch die Oma wieder nach Hause gehen und das Kind fühlt sich dort eben auch sicher und geborgen und hat eine neue Bezugsperson. Das Kind kann viele Bezugspersonen haben und kann eben da auch eine sichere Bindung aufbauen. Es weiß dann auch irgendwann, dass die Eltern zurückkommen. Es gibt auch Programme für die Eltern, um elterliches Verhalten zu lernen. Es gibt Bindungsseminare und auch andere Sachen. Ich denke mir, das kann man jetzt hier nicht in der Kürze ausführen. Das könnt ihr ja nochmal in der Schule bei den Kolleginnen und Kollegen nachfragen. Ja, das wäre in aller Kürze die Bindungstheorie. Mütterliche Feinfühligkeit ist wichtig, die vier Bindungstypen sind wichtig. Das Verhalten eben auch der Erwachsenen ist wichtig. Und die hohe Bedeutung der frühkindlichen Bindung für die weitere Persönlichkeit, das muss man immer im Kopf haben. Ohne Bindung keine Bildung wird oft so als Schlagwort gesagt, genauso wie ohne Beziehung keine Erziehung. Das muss man natürlich auch noch weiter ausführen, aber da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Denn wenn das Kind nicht sicher gebunden ist, kann es nicht ordentlich die Welt erkunden. Es bildet sich nicht wirklich qualitativ hochwertig weiter und entwickelt sich dann unter Umständen nicht so, wie es eigentlich könnte. Ja, das war es erstmal zur Bindungstheorie. Ich hoffe, das war einigermaßen klar. Wie gesagt, das kann kein Unterricht ersetzen. Es soll einen Überblick geben. Es soll neugierig machen. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Vielen Dank.